So, wir sind jetzt am Fahrzeug. Um das Ganze etwas einfacher zu machen, empfehle ich, das Rad vorher runterzunehmen, weil wir da ran müssen und das ist halt relativ weit hinten im Radkasten. Alternativ könnt ihr natürlich versuchen, das Rad einfach einzuschlagen und dann da ran zu kommen. Ja, moin zusammen. Ich werde heute beim BMW E90-325D die Nebelscheinwerfer tauschen. Die Birnen quasi. Ja, was heißt Birnen? Birnen ist Obst. Die Leuchtmittel natürlich. Ja, ich habe mich für Safeguard entschieden. LED-Ds lagen für knapp über 30 Euro und machen einen sehr hochwertigen Eindruck, allein schon von der Verpackung her. Sehr edel, muss man einem dazu sagen. Ich habe mir jetzt auch mal angeschaut. Also, ich habe selten solche hochwertigen Leuchtmittel hier gesehen. LED-Leuchtmittel vor allen Dingen. Also, die sind wirklich mit diesem kleinen Lüfterrad drin. Das ist, damit halt das ganze Teil nicht so überhitzt, damit man noch länger Spaß hat an diesen LEDs. Von der Haptik her und auch wirklich vom Material her. Top. Also, auch das Kabel und so und der Stecker selber. Alles hundertprozentig. Also, da kann ich nicht meckern. Für den Preis ist das schon echt, echt sehr, sehr gut. Und, ja, da wackelt auch nichts oder so oder irgendwie. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das Aluminium oder Kunststoff ist. Wahrscheinlich so eine Mischung. Aber ist auch egal. Das soll ja auch nicht jetzt das Thema sein. Auf jeden Fall habe ich mich für diese hier entschieden. Die macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und jetzt in echt sowieso. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir mal zum eigentlichen Hauptakt, und zwar zum Auto. Und werden einmal sehen, wie wir die Leuchtmittel am schnellsten tauschen können. So, wir sind jetzt am Fahrzeug. Um das Ganze etwas einfacher zu machen, empfehle ich, das Rad vorher runterzunehmen, weil wir da ran müssen. Und das ist halt relativ weit hinten im Radkasten. Alternativ könnt ihr natürlich versuchen, das Rad einfach einzuschlagen und dann daran zu kommen. Also, wenn es eingeschlagen ist, kommt man auch an diese Kappe hier. Die wird dann einfach einmal abgenommen. So, und dahinter versucht er jetzt mal so reinzuleuchten. So, da sehen wir das Objekt der Begierde. Da müssen wir jetzt quasi ran. Und dann können wir quasi auch schon direkt die Leuchte tauschen. So, um euch das nochmal ein bisschen besser zu zeigen, wird hier einfach nur, hier sitzt eigentlich noch so ein Kunststoffteil dran, aber das ist irgendwie abgebrochen gerade. So sitzen die drinne und es wird dieser jetzt einfach nach rechts umgedreht und schon habt ihr den hier lose in der Hand. Und dann können wir den neuen wieder rein und den neuen wieder rein drücken und einmal festdrehen. Der zieht sich dann automatisch wieder fest. Also, falls ihr das Pernübel bei euch auch abbricht, ist nicht weiter schlimm. Und durch diese Zähne hier und diese drei Kaster hält das wieder fest. Ich spüre euch auch mal kurz hier raus. Ich habe nämlich gerade, um das ein bisschen einfacher zu machen, habe ich einfach hier unten zwei Schrauben gelöst und diese hier im Radkasten. Und dann den Radkasten hier so ein bisschen rausgezogen, um da besser ranzukommen. Also, ihr könnt es auch gleich so machen, statt über die Klappe. Ich habe es jetzt einfach für das Video mal gemacht, aber ich werde es auf der anderen Seite gleich auch so machen, weil ich gemerkt habe, das geht einfach schneller. Diese Schrauben eben schnell abdrehen und schon kommt ihr da ran. So, ich bin jetzt bei der Fahrerseite und da ging es, wie gesagt, relativ schnell. Ich habe das Rad eben runtergenommen, aber das musste sowieso runter, weil ich Spurklappen drauf gemacht habe. Und hier, wie gesagt, einmal die Verkleidung zur Seite wegziehen und dann kommt ihr da super an die Leuchte für den Nebelscheinwerfer. Noch einmal als Tipp, falls ihr LEDs reinbauen wollt, bei diesem hier ist jetzt, könnt ihr sehen, auf dem Stecker Plus und Minus steht da drauf. Ich denke mal, jetzt könnt ihr sehen, links ist Plus, rechts ist Minus. Der passt auf beide Seiten, also ich kann den so und so draufstecken. Nur müsst ihr einmal gucken, hier seht ihr ja schon, links ist Masse, links ist Braun und rechts ist Gelb und das heißt Plus und Braun ist Masse. Das heißt, ich muss den jetzt nicht so rum, sondern so rum einstecken und dann leuchtet der auch. Der sitzt hier auch noch fest, der Stecker, an mit diesen Clips hier. Diese hier, die müssen so nach außen gebogen werden auf beiden Seiten, damit sich das löst. Weil am Stecker selber, ob es jetzt der Original ist oder der andere, sind ja diese hier und die halten das ja. Jetzt habe ich mir jetzt schon so ein kleines Werkzeug gebastelt, in Anführungszeichen. Das kennt ihr bestimmt, um Radius rauszuziehen, so ein Teil. Und habe mir vorne einfach diese Spitze hier umgeknickt mit einer Zange. Und somit habe ich immer etwas, um etwas rauszuziehen, zum Beispiel Sicherungen. Also ich habe mir das ursprünglich für einen Sicherungskasten gemacht, um in diese Sicherung reinzukommen und diese dann vorsichtig so rauszuziehen. Aber auch hier kann ich im Prinzip einfach ganz prima hier so drunter haken und das dann, ohne was kaputt zu machen, rausziehen den Stecker. Das nur so als Tipp am Rande. Also ansonsten das Ganze, umgekehrte Reihenfolge wieder zusammenbauen. Lampe rein, festdrehen. Ja, dann die Schrauben hier wieder rein oder in dem Fall einfach die Klappe da wieder zu, je nachdem wie ihr das machen möchtet. Ihr kennt jetzt ja die Methoden. Wie gesagt, ich habe das jetzt so gemacht. Also ich würde es auf jeden Fall, bevor ich da rein, weil das Blöde ist, hier sitzt der Nebelscheinwerfer und da ist die Serviceklappe. Richtig dämlich. Also hier wäre es schon logischer gewesen, weil ihr seht ja, hier vorne ist das ja, in diesem Bereich. So muss ich da reingreifen und nach hinten durchgreifen. Von daher habe ich jetzt einfach diese paar Schrauben hier losgemacht. Da liegen sie. Ja. Das sind übrigens 8er. 8er Sechskant. So. Einmal kurz rausdrehen, das Ding hier beiseite packen, reingreifen, austauschen, fertig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das Rad runternehmen, das ist ja nun auch keine Kunst. Wie gesagt, vielleicht kriegt man das sogar hin, wenn man das Rad eingeschlagen hat. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber das könnt ihr ja gerne machen und vielleicht auch kommentieren. Bis dann erstmal und tschüss, bis zum nächsten Mal.